Heute habe ich einen neuen Filter, den HIFLUX mit 5 Liter Durchflusskapazität pro Minute. Er ist ein Mehrschicht Aktivkohlefilter inklusive Schwermetall- und Bakterienfilterung mit einem praktischen Bajonettverschluss zum einfachen Filterwechsel. Mit dem habe ich die Möglichkeit mein gesamtes Kaltwasser an der Spüle zu filtern und trinkbar zu machen. Und das mit einer Kapazität von bis zu 10.000 Litern oder einer Nutzungsdauer von bis zu 12 Monaten, bevor ich die Kartusche erneuern sollte. Das Set kommt mit der Filterkartusche, dem Filterkopf, 2 Meter, 1 Viertel Zoll Schlauch, 2 Bögen und Adaptern in 3 Achtel und Halb Zoll zur Installation am Kaltwassereckventil und am Wasserhandschlauch. Willkommen bei einem unserer Wasserhähne im Aquacentrum. Ich bin der Michi. Meine heutige Mission ist es, den HIFLUX an diesem Wasserhahn anzuschließen. Wie bei jeder Installation beginne ich mit dem Absperren der Wasserversorgung am Kaltwassereckventil. Hier ist auch der Schlauch vom Wasserhahn montiert. Mit einem 19er Gabelschlüssel schraube ich, mal wieder, die Überwurfmutter ab. Heute ist mein Glückstag, es kommt kein Wasser aus dem Schlauch, das tut es nämlich sonst immer, weshalb ich ein Gefäß und Lappen empfehle. Ich suche mir einen guten Platz für den HIFLUX, wo ich zum Aufschrauben auch noch gut von unten an die Kartusche komme. Ich habe mir und für Euch eine Bohrschablone gemacht, um die Positionierung der Schrauben einfach zu machen. Die Bohrschablone klebe ich mit Klebeband halbwegs gerade in Position und mache mit einer längeren Schraube oder einem Nagel eine Körnung, damit ich die Schrauben nachher leicht hineindrehen kann. Ihr seht, ich entferne die Bohrschablone und schraube die 4 Schrauben 3,5 x 12 mm mit einem kleinen Akkuschrauber in die Schrankwand. Gehe doch von Hand. Ich hänge den Filter mal probeweise dran. Weil er mir noch zu viel wackelt, schraube ich die Schrauben noch ein Stückchen weiter rein. Hier könnt Ihr sehen, wie einfach der Filter zu wechseln ist. Vor dem Filterwechsel müsst Ihr natürlich das Eckventil schließen und den Druck oben am Wasserhahn ablassen. Diese Dichtungen bitte einmal kurz mit Wasser oder Speiseöl befeuchten. Dieses ist ein Standard 3,8 Zoll Eckventil, deshalb nehme ich die Teile mit dem kleineren Durchmesser. Die mit dem größeren Durchmesser sind halb Zoll. Auf jeden Fall kontrolliere ich, ob eine Dichtung drin ist, sonst funktioniert es nicht. Ich brauche zum Festdrehen kein Werkzeug. Die Teile sind aus Kunststoff, bitte zieht sie nicht so fest an. Jetzt stecke ich einen Bogen oben in den Eingang am Filterkopf. Ah, ich habe Euch noch gar nicht gezeigt, wie die Quickfittings funktionieren. Um erstmal die Stöpsel zu entfernen, ziehe ich den blauen Sicherungsclip ab. Dann mit dem kleinen Gabelschlüssel, der mit dem Filter kommt, den Ring herunterdrücken und ich kann den Stöpsel herausziehen. Den Bogen stecke ich einfach bis zum Ende in das Fitting. Wenn ich mag, kann ich den Sicherungsclip wieder hinzufügen. So sieht es bei mir unter der Spüle jetzt aus. In den Bogen stecke ich ein passend langes Stück Schlauch und dessen Ende kommt in den 3,8 Zoll Aufschraubverbinder. Der 3,8 Zoll Einschraubverbinder kommt, nachdem ich mich vergewissert habe, dass eine Dichtung drin ist, an den Schlauch des Wasserhahns. Hier benutze ich den 19er Gabelschlüssel, aber auch nur mit Fingerspitzengefühl. Bogen Nr. 2 kommt in die Ausgangsseite des Filterkopfes und wird mit einem passenden Stück Schlauch mit dem Schlauch des Wasserhahns verbunden. Mein Fokus bei der Verlegung der Schläuche ist, Platz und Ordnung zu schaffen. Ich bin zufrieden. Jetzt öffne ich das Eckventil, um mal wieder zu sehen, dass ich gute Arbeit geleistet habe und alles dicht ist. Oben am Wasserhahn lasse ich mal testweise das Kaltwasser laufen. Und, tadaaa, gefiltertes Wasser aus meinem Wasserhahn. Zur Sicherheit kontrolliere ich nochmal alle Anschlüsse auf Dichtigkeit. Fertig, das ist alles was ich heute habe. Ich bin der Michi und Du warst im Aquacentrum. Verschau, dass die Drogenens für die Drogenens 그리고 verlassen sind. Amit Eick, die Drogenens für diese Drogenens für keine Drogenens nicht mehr推ät. Vielen Dank.